hi wie ihr wahrscheinlich schon im titel lesen könnt da safe game ist da link ist in der video beschreibung ich wünsche euch viel spaß damit und schickt mir ruhig links an info at hubi fan.de wenn ihr was cooles gemacht habt mit my summer car oder was lustiges passiert ist schickt mir einfach ein foto oder so ich hoffe es gefällt euch und ich wünsche euch einfach viel spaß mit dem safe game ich habe vor das safe game wöchentlich zu aktualisieren also kommt zwischendurch auf das video zurück oder ich poste euch ein neues viel spaß tschüssi koste leute macht's gut